Okay, es geht weiter hier, kleinen süßen Blitzpäschens. Das hab ich lange nicht mehr gesagt. So, den nächsten haben wir. Jetzt kommt das Schwierige. Oh nein. So. Oh nein. Hä, wie zum Geier soll man da runterkommen? Okay. Okay. Klasse. Okay. Oh, schade. Boah, ich dachte schon. Ich brauch erstmal eine Vergrößerungsektras. Das war ein Feder. Ein sehr dämlicher Feder. Ich kann auch vorher bin ich berieben. Einen verdammten Schlag muss ich hinbeben. Geporn. Fuck you. Ich kann jetzt nur in der neuen Welt aber erstmal da sein. Erstmal in die Paranormal Activity Welt hier. Wenigstens haben wir eine Welt schon geschafft. Die nächste Welt, die jetzt kommt, ist die schwerste von allen. Ich frage mich, ob ich das jetzt wirklich machen soll, diese verfickte Welt. Ich frage mich das wirklich jetzt, weil ich irgendwie keinen Bock habe auf diese Welt. Die macht mich mental fertig. Die macht mich einfach mental fertig. Weißt du was? Ich gehe einfach mal nach unten. Und wer ist damit? Ist sein Code 23? Ich bin bald... Ich bin bald... An den Grenzen meiner Nerven. Ich frage mich echt, warum ich dieses Spiel eigentlich angefangen habe. Jumper 1 liegen mir eigentlich nicht. Die liegen mir echt gar nicht. Weil ich nicht die Geduld eines Jumper 1 Spieler habe. Ich glaube, ich habe das Zeitpunkt erreicht. Gianna. Hey, das sah echt so aus, ob man jetzt da hingehen könnte. Ich kann sie ein bisschen schneller verküssen, wenn es zu nett ist, wenn es zu künge. Ich kann sie ein bisschen schneller verküssen, wenn es zu künge ist, wenn es zu künge ist, wenn es zu künge ist. Geil! Zehn Stück finden! Ob ich noch nicht genug gequält wurde? Du weißt was? Du bringst mich irgendwie auf. Okay, du kannst mich mal. Wie soll ich diesen Hinterwettler töten? Ich lasse es, glaube ich, einfach mal. Oder warte, ich muss einen Doppelsprung machen, um diesen elenden Hurensohn zu töten. Okay, ich bin tot. Okay, nochmal. Ich sehe irgendwas nicht, ich sehe da irgendwas nicht, das ist das. Bevor ich irgendwie die ganze Zeit hier abkratze, wir sehen uns gleich wieder. Ok, meine Freunde, es geht weiter. Ich habe mir jetzt die Macht besorgt in irgendeiner Random-Welt, damit ich ja weiterkommen muss. Ohne das schafft man das nicht. So. Den ersten Schritt haben wir. Ihr müsst wissen, ich habe schon davor angefangen, aufzunehmen, aber ich habe zu viel gefällt. Einfach zu viel, das ging einfach recht. Das konnte ich niemandem zumuten. So. Damit haben wir das auch erledigt. Jetzt kommt das nächste Problem, das Überwassergehen. Wie sieht das aus, ob da ein Geheimweg wäre? Also, das ist ein Geheimweg. Na, jetzt schon kein Bob mehr. Wie viel Versuche ich gebraucht habe, um einzelne Level zu machen? Wer scheißt mir auf den Kopf da oben? Klasse. Was ist das jetzt gerade passiert? So, da will einer wo Schläge. Wieso zum Teufel habe ich das jetzt nicht geschafft? Ich muss noch ein bisschen geschickter spielen, okay. Weißt du was? So. Scheiß Mistgestalt. Oh, komm jetzt. Komm schon. Nicht ziehen. Hey, ganz ehrlich, ich bin so weit gekommen. Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal das in diese Scheiße zu machen. Nicht nochmal. Ich bin so weit gekommen, ich bin so weit gekommen. Irgendwie habe ich das jetzt wieder mal geschafft. Und what the fuck soll ich jetzt machen? Okay, wartet. Ich bin jetzt hier, ich bin da rüber gegangen. Ach ja, man kann auch durch hier durch die Wand gehen. Keine Ahnung, warum. Und ja, jetzt bin ich hier. Hey, wollt ihr mich komplett verarschen? Ach so, ich muss den Weg wieder zurück gehen. Und was gibt es hier in der Mitte? Ich glaube, alles nur Münzen, oder? Okay, dann sind die anderen roten Dingsbums irgendwo anders. Okay. Genau. Okay. Ich bin da. Ich bin jetzt hier. Okay. Weißt du was? Fick dich. Und du auch. Fick dich. Verdammt. Du wolltest mich doch jetzt verarschen, oder? Okay, wir sind uns im nächsten Part, wenn ich hier bin und da mir schon das jetzt geholt habe. Okay.